Mein Beruf ist Schmid und ich habe Schmid gelernt, habe dann eine HTL gemacht für Landmaschinenbau und für Motorenbau und bin dann nach Linz, habe an der Universität Betriebswirtschaft studiert, habe unsere internationalen Märkte aufgebaut für die Firma, Schmideteile verkauft wie zum Beispiel Pleuel und habe dann in der Politik begonnen, in der Landespolitik, war ein Nationalrat und bin jetzt seit 18 Jahren im Europäischen Parlament und es gefällt mir eigentlich diese Arbeit im Parlament sehr gut.